Hallo zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Warte mal, mit einem Holzproblem. Das ist meine LT40, die Dana, und heute werden wir die Einstellung ein bisschen noch prüfen. Deswegen, ich habe das Lineal mal hier drauf geklemmt. So, um zu schauen von vorne zu hinten, dann habe ich hier nur eine Wasserwaage, das ist nur als Richtscheit wegen der Distanz. Und jetzt werde ich mal die Schrauben öffnen, alles, also hinten, die Einstellungen, um das Band zu nivellieren und um die Vorspannung zu prüfen. Das soll ja 6 mm etwa durchgehen nach unten, und das werde ich heute alles mal checken. Aber ich werde das Video in mehreren Segmenten unterteilen, weil natürlich gibt sich keine Diplöse aufzuschrauben, wenn es nicht geht. Deswegen, ich bereite das mal vor. So, hier, Teil 2. Ich habe jetzt mal am Führungsarm außen, also an der nicht angetriebenen Seite, die ganze Führungsrolle ausgebaut und habe sie sauber gemacht. Ich habe, man sieht es hier hinten, also hier vorne hängt es in einem Gehäuse drin, und hier hinten wird es gehalten von den vier Schrauben, wo du es dann praktisch verändern kannst. Die Tiefe lässt einfach locker und rechts, links, oben ab, das kannst du dann hier hinten mit den vier Schrauben einstellen und die Tiefe halt einfach, wenn du das zusammendrückst, also festmachst du dann. So, ich habe jetzt die ganzen Schrauben mal hier gereinigt, auch innen drin habe ich es ein bisschen sauber gemacht. Bitte löst nicht diese zwei Bolzen, die sind gegeneinander gedreht, ja. Es sind zwei Inbuss, ja, zwei Innenimbussschrauben, die einfach nur wirklich zusammengepresst sind, gekontert, und du änderst die Höhe praktisch mit den Schrauben hier, also mit den Muttern. Du löst, wenn du jetzt hoch willst, musst du halt die obere lösen, ja, und dann drehst du es hoch, das Ganze. Deswegen habe ich es mal hier vor ein bisschen vorbereitet. So, an dem hier seht ihr, da muss man ein bisschen mehr zerlegen. Das ist die innere Seite, also da ist auch hinter der Rolle ein bisschen Dreck und alles. Das werde jetzt mal ein bisschen, vielleicht werde ich es mal raus machen, das Kugellagern und alles ein bisschen sauber machen. Innen, vielleicht sieht man es ein bisschen, es ist alles ganz dreckig hier, alles, das werde jetzt mal alles sauber machen. Dann werde ich es wieder zusammensetzen, also jetzt ehrlich, na, das zeige ich euch dann an der Säge. Okay, also, so, willkommen auf der Zusammenfassung von den ganzen Wartungsarbeiten, die wir heute gemacht haben. Also, was habe ich heute alles gemacht? Ganz, ganz großen Kundendienst, also Service mal. Fangen wir an. Also, die Füße gecheckt, die Betten habe ich alle neu ausgerichtet, geschaut, damit das passt. Dann habe ich, ich weiß, das sieht man schlecht bei diesen großen Einstellungen. Die ganzen Kugellager von den Anschlägen oben, ich habe vier, die Standards sind drei. Ich will oben hinten noch einen Anschlag haben. Ich wünsche mir sogar noch fünf hier vorne. Ist geil. Die haben wir alle wieder Ganga gemacht, eins war komplett fest, das haben wir auch wieder zerlegt. Was haben wir dann gemacht? Dann habe ich gesehen, wie ich euch gezeigt habe, in der Zusammenfassung haben wir, ich weiß, schlimmer Winkel, die ganzen Schrauben rausgenommen, die ganzen Bandführungsrollen. Die haben wir dann von der Tiefe neu eingestellt, vom Winkel, damit sie praktisch, das kann ich euch mal ein bisschen zeigen, wenn das die Rolle darstellt und das das Band, die Rollen stehen ganz leicht schräg drin, ja. Laufrichtung ist so, dass wenn sie leicht schräg drin stehen, völlig übertrieben, so zwei, drei Grad, dass sie eine selbstreinigende Wirkung haben von den Rillen. Funktioniert ganz gut. Was habe ich hier beprüft? Ob der Arm gut läuft, dass die Einstellung nicht zu fest ist. Die Höhe habe ich gecheckt, beim Rein- und Rausfahren, damit es passt. Dass wenn er hier draußen ist, muss er ein Millimeter mehr sein als drin. Ist ja eigentlich auch logisch. Wenn du breite Hölzer schneidest, hast du mehr Kraft nach unten wirkend, weil vom Drehmoment. Ich dachte am Anfang auch, das passt nie und nimmer. Das passt. Also wirklich super. Ich bin auch voll begeistert. Hätte ich nicht erwartet, damit es so gut funktioniert. So. Was man hier sieht an diesen kleinen Stellschrauben, das haben wir natürlich auch an den großen geprüft, dass das Band vom Winkel drin steht. Das haben wir dann praktisch mit dieser Klemme aufs Band gemacht. So drauf. Das ist vorne, einen ganz kleinen Ticken höher ist als hinten. Auf der ganzen Länge von der Schiene von 46 Zentimeter. Ein Millimeter auf 46 Zentimeter. Deswegen war es wichtig, dass ich vorher die Bänke prüfe und mir alles sauber einstelle. Was mache ich jetzt noch? Die ganzen Schmiernippel haben wir wieder gangbar gemacht. Dann haben wir sie alle gefettet, alle Lager geschmiert. Vorne die Bremsen werde ich jetzt noch nachstellen. Dann Ölwechsel werde ich jetzt noch machen, obwohl er noch gar nicht fertig ist. Wir haben 1064. Aber lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Die Zündkerzen werden wir nochmal wechseln dann. Und was werden wir noch machen? Ja, noch ein paar Kleinigkeiten. Dann haben wir unten jetzt noch, werde ich vielleicht im Short-Video noch reinpacken, unten den Minuspol. Das ist einer der häufigsten Gründe, warum es nicht funktioniert. Die Hydraulik. Man sieht dann als nachts oder hier im Schatten so ein bisschen die Funken fliegen. Dann ist unser Minuspol. Dann hilft bloß sauber machen mit dem Schleichpapier, mit dem Feinen. Beide Seiten, auch den Klotz und die Schiene. Und dann mit Bremsenreiniger und alles picobello sauber machen. Also oftmals, ich habe keine großen Nennenswerkeprobleme mit meiner. Oftmals ist es wirklich nur mangelnde Wartung. Oder ja, mangelnde Wartung ist es wirklich das Schlimmste. Ansonsten, was ist noch so ein Tipp? Ich habe eine elektrische Kupplung. Dann ist hier unten innen drin, man sieht es kaum, man kann nur fühlen und Schmirnippel. Tipp von der Werkstatt von unseren Jungs, kräftig schmieren. Sonst ist der mit der Zeit fest, man sieht den ja nicht. Das ist so der Versteckte. Was machen wir noch ansonsten? Ja, das war es das Erste. Wenn ihr Fragen habt, lasst es unten in den Kommentaren. Ansonsten wie immer, abonnieren und ein Hemdenplus dalassen. Danke, tschüss.